Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Wir stehen zurzeit in Bad Rodach. Jens ist nochmal arbeiten gegangen und ich werde jetzt einen Wellness-Tag in der Therme in Bad Rodach verbringen. Mit Massage, Sauna, Baden gehen. Ich hoffe, dass es sehr schön wird und ich mich gut erholen kann. Wie schon gesagt, habe ich heute meinen Wellness-Tag. Als erstes werde ich einen kleinen Spaziergang durch den Kurpark machen, der auch sehr schön angelegt ist. Ich werde mir die ersten Frühjahrsblüher bestaunen und dann werden wir mal sehen, wie der Tag noch weiter verläuft. Hier ein paar kleine Eindrücke von dem Park. Ich werde das Auto sehen. Ich werde das Auto sehen. Ein Blick über die frühlingshafte Wiese zum Wohnmobilstellplatz direkt unterhalb der Therme. Man steht sehr ruhig. Die Straße hört man nicht. Genießt einfach den Blick. Hallo, ich bin an der Therme angekommen. Jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet mit der Massage und so weiter. Ich berichte. Tschüss. So, einmal. Massage in der medizinischen Abteilung. Kennst du dich bei uns im Haus schon ein bisschen aus? Also, das weiß ich noch nicht, wo es ist. Ah, okay. Die medizinische Abteilung, eine Tasche unter. Hier hinten finden diese Wurzeln wie die zwei Schäden. Ja. Lärm und Wellness, Physiotherapie. Ja. Lärm und Wellness, Medizinische Abteilung. Ja. Jetzt stehe ich bei der Massage und wartet auf meinen Termin. Ich war jetzt in der Sauna. Jetzt mache ich Mittagessen. Es ist jetzt ein schöner Tag. Mal sehen, wie der Tag weitergeht. Hallo, ihr Lieben. Für meinen Wellness-Tag habe ich ein wunderschönes Wetter. Die Frühlingssonne ist schon so warm, dass ich draußen sitzen kann. Es ist ein super Tag.